In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, sorgt sich Gerner um Lukas. Grund ist seine Mutter. In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, ist der Gerner-Clan zuletzt um ein neues Mitglied angewachsen. Seit einigen Wochen lebt ihr Pflegesohn Lukas, Oliver Scherkus, bei Gerner, Wolfgang Barrow, und Yvonne, Gieser-Zach, im Townhouse. Und besonders zu seinem Pflegevater hat der Teenager inzwischen ein inniges Verhältnis aufgebaut. Für den Anwalt ist er schnell zu einem Ersatz für Dominique, Raul Richter, geworden, unter dessen frühen Tod er noch immer leidet. Als Lukas, Mutter, die an einer bipolaren Störung leidet, ankündigt, ihren Sohn an Weihnachten sehen zu wollen, wird deutlich, wie sehr ihm der Junge inzwischen ans Herz gewachsen ist. Gerner befürchtet, dass sie nicht wirklich in der Verfassung sein könnte, um ihn zu sehen, und will unbedingt verhindern, dass Lukas ein weiteres Mal enttäuscht wird. Dennoch lädt er sie zum Weihnachtsfest in seiner Wohnung ein. GZSZ, Konflikte zwischen Gerner und Lukas, Mutter Im Interview mit RTL erklärt Gerner-Darsteller Wolfgang Barrow, dass es zwischen seiner Rolle und Lukas, Mutter demnächst zu vielen Konflikten kommen wird. Gerner unterstützt Lukas, wo er nur kann. Er bringt ihn an eine internationale Schule, wo Lukas sich sehr wohl fühlt und neue Freunde gewinnt. Das Problem ist nur, dass sich die Mutter einmischt und bestimmte Sachen einfordert, so der Schauspieler. Barrow ist davon überzeugt, dass Gerner in Lukas eine zweite Chance als Vater sieht und versucht wieder gut zu machen und nachzuholen, was er mit seinem leiblichen Sohn versäumt habe. Besonders gut gefällt das natürlich Yvonne. Ich freue mich, dass ihr so gut klarkommt, sagt sie. Lukas habe bereits eine Mutter, die er liebt. Was ihm fehlt, ist ein Vater. GZSZ So geht es im Gerner-Clan weiter Yvonne. Gerner und Lukas sind froh, dass sie vorm Jugendamt keinen schlechten Eindruck gemacht haben und Lukas bei ihnen bleibt. Doch dann meldet sich Lukas' Mutter, der es besser geht. Sie will sich mit ihm treffen. Zuvor steht Weihnachten an. Besonders Yvonne freut sich auf die Feiertage. Laura lebt, Moritz und Luis sind wieder ein Paar und ihre Eheprobleme mit Gerner gehören. Nicht zuletzt auch wegen Lukas, der Vergangenheit an. Weihnachten verläuft dann aber doch anders als geplant. Ich ziehehrt. Untertitelung des ZDF, 2020